Heute sprechen wir im Radio-Wuppertal-Schwebebahn-Gespräch mit Christina Kaut. Sie leitet das Familienunternehmen bekannt als Kälte Kaut bei uns im Tal. Christina Kaut arbeitet auf der ganzen Welt, fühlt sich aber nur in Wuppertal zu Hause. Wir schweben jetzt ein wenig durch Wuppertal und ich würde gerne am Anfang direkt erstmal über Ihr Wuppertal sprechen. Also Sie haben Abitur gemacht am St. Anna-Gymnasium, dann ging es aber direkt los. Dann ging es zum Studium, BWL-Studium rüber nach Mannheim, dann kam die Arbeit im Unternehmen in München und dann sind Sie wieder irgendwann in Wuppertal gelandet. Wie ist das denn, wieder zurückzukommen? Ja, erstmal war es ganz lustig, als ich dann allen Freunden erzählt habe, dass ich nach Mannheim zum Studieren gehe, da kam dann erstmal so ein bisschen Kritik. Da gehst du ja vom Regen in die Traufe. Mannheim ist ja noch schrecklicher als Wuppertal. Und ja, das ist halt auch so die Zeit, wo man merkt, das sind alles Vorurteile, die man da gegenüber den Städten hat. Also von Mannheim kannte ich auch nicht viel und dann hieß es ja, das ist hässlich. Aber ich glaube, das ist halt in jeder Stadt so. Es gibt schöne und es gibt hässliche Ecken. Und das gibt es auch in München. Das merkt man dann auch, wenn man mal in München ist. Das ist auch nicht alles so schön, wie man immer denkt. Aber dann war es trotzdem schwer, nach Wuppertal zurückzukommen. Also wenn man so lange weg war, dann fehlt einem natürlich hier auch so der alte Freundeskreis. Die sind zum Teil auch alle weggegangen. Und dann ist Wuppertal natürlich auch im Vergleich zu München viel kleiner. Und bietet auch weniger, was Cafés, Restaurants und diese ganzen Sachen angeht, die man natürlich in dem Alter gerne hat. Und deshalb war das erste halbe Jahr echt schwierig. Also da wäre ich am liebsten jedes Wochenende wieder nach München gefahren. Aber das hat sich dann auch, wie gesagt, nach einem halben Jahr schnell wieder gewandelt. Und ich habe wieder den großen Gefallen an Wuppertal gefunden. Von alleine mussten Sie aktiv nach schönen Orten in der Stadt suchen. Wie ist das dann passiert? Ne, das ist ja eher so, dass wenn man eine Stadt kennt, dann weiß man, wo die schönen Ecken sind. Und wenn man da als Fremder drauf guckt, dann sieht man ja meistens immer nur das, was man so beim Reinfahren in die Stadt sieht. Und da sind ja eigentlich alle Städte nicht besonders toll. Also ich fand Wuppertal auch früher schon immer schön. Und das kam dann ganz schnell wieder. Was ist denn so Ihr Lieblingsort in Wuppertal, wenn man den benennen kann? Also wo sagen Sie, da komme ich immer wieder super gerne hin, das ist für mich mein Wuppertal? Das ist ganz einfach, das ist die Kaiserhöhe. Was machen Sie auf der Kaiserhöhe? Alles wahrscheinlich. Ich habe einen Hund und mit dem gehe ich da super gerne spazieren. Das ist halt einfach mitten in der Stadt, grün und schön. Und man hat da von da oben den Blick aufs Tal, sieht die Schwebebahn, sieht die Uni. Also da gehe ich wirklich sehr, sehr gerne hin. Beruflich reisen Sie ja auch sehr viel. Also es ist ja nicht so, dass Sie 365 Tage im Jahr dann hier in Wuppertal sind. Wo geht es da so hin? Wohin bewegt man sich? Also da unsere Kunden ja ausschließlich in Deutschland sitzen, bin ich natürlich viel in Deutschland unterwegs. Da aber auch in jeder Ecke, in jeder großen Stadt, in den kleinsten Städten sitzen unsere Kunden. Und ja, wesentlich seltener bin ich mal in Europa unterwegs geschäftlich. Das sind dann Messen oder halt auch alle ein bis zwei Jahre in Asien bei unseren Lieferanten oder in den USA oder England. Aber das ist halt wesentlich seltener. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme aus Peking, New York wieder nach Wuppertal, ist das nicht im ersten Moment dann doch wieder so ein kleiner Kulturschock? Nee, ich freue mich nach Hause zu kommen. Also ich mag Wuppertal wirklich so gerne, dass ich immer wieder gerne hierher komme. Ist ja wahrscheinlich auch wichtig, dass man irgendwo ein Zuhause hat. Genau, da freut man sich dann auch echt drauf. Vor allem, wenn ich so eine Zeit lang in Deutschland unterwegs bin, von Hotel zu Hotel ziehe, dann ist es schon schön, wieder nach Hause zu kommen. Und vor allem auch in die Stadt, wo man alles kennt, wo man weiß, da und da kann ich hingehen, das Restaurant kenne ich, das mag ich gerne. Solche Sachen, die hat man dann doch irgendwie nur zu Hause. So ein Unternehmen, was ja dann auch wirklich in der ganzen Welt zumindest zu tun hat, wo Sie auch selber sagen, Sie sind viel unterwegs, sitzt in Wuppertal. Das ist doch sicher nicht üblich, oder? Ich weiß gar nicht, ob das üblich ist oder nicht, aber bei uns ist es halt einfach hier gegründet worden und es hat nie jemand irgendwie den Sinn darin gesehen, wegzugehen. Warum soll es nicht in Wuppertal sein? Man könnte ja dann sagen, im Grunde sind wir dann immer an diese, in Anführungsstrichen, kleinere Stadt gebunden. Wir expandieren, wir gehen jetzt rüber nach Köln. Das ist nicht geplant und wahrscheinlich auch nicht in Ihrem Sinne. Nee, weil wir brauchen ja auch diese Außenwirkung, nicht zu sagen, das ist jetzt für die Ausländer die tolle Stadt, der Kölner Dom oder so. Unsere Kunden sitzen in Deutschland und die finden auch Wuppertal immer ganz schön. Und ich animiere auch immer jeden, der uns besuchen kommt, einmal mit der Schwebebahn zu fahren. Also ob das jetzt Bewerber sind, die einfach nur mal da sind, um ihr Bewerbungsgespräch zu führen, sobald die Zeit haben, sage ich denen, so gehen Sie jetzt mal Schwebebahn fahren. Da spielen Sie ein bisschen Fremdenführer. Wie sind so die Reaktionen dann? Ja, also erstmal sind die Leute so ein bisschen zurückhaltend. So sollen wir das wirklich machen und wie lange dauert das denn? Und muss ich da irgendwo einsteigen und ist da so eine Endstation und wie komme ich wieder zu meinem Auto zurück? Und das ist dann immer, dass man ihnen erklären muss, nein, sie können eine Runde fahren. Das ist total angenehm und unkompliziert. Und wenn ich dann so höre, was die Leute erzählen, wenn sie zurückkommen, dann sind die eigentlich alle sehr begeistert und sagen, das ist ja schon cool und das haben wir sonst noch nie gemacht. Also die empfehlen das dann auch weiter. Die Familie Kaut ist seit 1892 unternehmerisch tätig. Kälte Kaut beschäftigt rund 150 Mitarbeiter. Christina Kaut selber ist 31 Jahre alt. Definitiv eine junge Chefin. Wie ist das, so ein Familienbetrieb zu leiten? Familiär. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Es sind zwar mittlerweile recht viele Menschen, also es ist ja auch gewachsen, jetzt in über 120 Jahren Unternehmensgeschichte. Klar, da fängt man klein an und jetzt sind wir schon relativ groß, aber es ist trotzdem noch sehr familiär. Also jeder kennt jeden, jeder kennt jeden Namen, auch der Mitarbeiter in den Niederlassungen. Und ich glaube, unser großer Vorteil ist halt, dass wir so kurze Wege haben. Die Türen sind immer offen, jeder kann sofort alles besprechen. Wir sind flexibel, was die Kunden angeht oder irgendwelche speziellen Wünsche der Mitarbeiter. Wenn es um Elternzeit geht oder um besondere Arbeitszeiten. Also ich glaube, das ist so der große Vorteil an einem Familienunternehmen. Sie arbeiten dann natürlich auch mit Teilen der Familie selber. Wie funktioniert das denn? Also das ist ja schon ein Unterschied, gemeinsam arbeiten oder eben gemeinsam leben. Wie ist da so das Arbeitsklima? Ist das ein anderes oder läuft das eigentlich alles ganz normal? Nee, das ist bestimmt ein anderes Arbeitsklima. Also jetzt für uns als Familie im klassischen Sinn und dann denke ich auch für die Mitarbeiter, weil dann so ein Familienunternehmen auch viel langfristiger agieren kann. Und so Kartalszahlen sind ja nicht so wichtig. Also das nimmt schon sehr viel Druck raus. Und was so das Zusammenarbeiten mit der Familie betrifft, ist es auf der einen Seite schön und auf der anderen Seite aber auch immer wieder kompliziert, weil es natürlich viel emotionaler ist. Man kennt sich ewig, man weiß, was der andere sonst so die ganze Zeit macht und man weiß auch, wo der wohnt und hat vielleicht noch einen Schlüssel. Und das ist alles sehr eng und sehr familiär. Und dann wird natürlich auch beim Sonntagsbraten immer wieder über die Firma gesprochen. Und wir ertappen uns dann auch regelmäßig dabei, dass einer von uns irgendein Thema hat, das er dann gerne halt auch zu Hause dann besprechen möchte und die anderen so ein bisschen überfällt. Weil man dann halt gerade denkt, ach ja, jetzt ist ja praktisch, jetzt habe ich sie gerade mal alle da und ich brauche die Entscheidung. Und vielleicht ist es oft so, dass dann die anderen sagen, lass uns doch auch mal irgendwie das Wochenende haben und da können wir doch dann am Montag im Büro wieder drüber sprechen. Okay, dann terminiert man das klar. Am Sonntag ist Kaffee trinken mit Kuchen und dann gucken wir am Mond. Wir suchen das, aber das funktioniert nicht. Also das ist einfach so. Man spricht immer wieder zwischendrin darüber im Urlaub und wie gesagt auch zu Hause. Also es lässt sich nicht trennen. Sie haben ja wie gesagt dieses Familienunternehmen übernommen. Und ich sage mal, gibt es da auch solche Stimmen wie, ja, ins gemachte Nest gesetzt oder hat man vielleicht selber Angst vor dem Vorwurf und der kommt vielleicht auch nicht? Also ich habe noch nie gehört, dass das jemand gesagt hat. Aber ich glaube schon, dass es Leute gibt, die das vielleicht so denken oder empfinden. Ich meine aber immer, dass die Leute sich gar nicht darüber bewusst sind, was das auch bedeutet und wie viel Druck man sich als Nachfolger selber macht, das auch vernünftig weiterzubringen. Und man möchte ja auch nicht einfach nur das erhalten, was da ist, sondern möchte ja auch, dass es weiter wächst. Und dann macht man sich selber schon sehr viel Druck und hat auch viel Verantwortung. Also es ist nicht nur ein leichter Job. Das glaube ich. Sie sitzen vor mir. Sie sind eine sehr junge, dynamische Chefin, würde ich jetzt auf den ersten Eindruck sagen. 31 Jahre alt. Ist das immer einfach? Funktioniert das gut? Vielleicht auch gerade mit den älteren Mitarbeitern? Wie managt man das? Ich glaube also gerade die Tatsache, eine Frau zu sein, ist in dem Job ganz, ja, sogar von Vorteil. Also in Zusammenarbeit mit den Kunden eh, weil da wird man eher unterschätzt und erntet natürlich umso mehr Respekt, wenn man gut vorbereitet ist und auch weiß, wovon man spricht. Und bei den Mitarbeitern ist es so, dass wir ganz viele langjährige Mitarbeiter haben, die also wirklich schon ihre Ausbildung bei uns gemacht haben, die dann auch uns Kinder schon seit ganz klein kennen. Und das ist aber so, es ist nie ein Problem. Also ich habe kein Problem da irgendwie auch mal zu sagen, das machen wir jetzt aber so. Also es kann wirklich sein, ich sage mal jemanden, der Ihnen früher immer Kekse aus der Dose im Schreibtisch gegeben hat, dem können Sie in dem Sinne heute sagen, was zu tun ist, weil Sie die Chefin sind. Genau. Aber es funktioniert. Es funktioniert, ja. Ist das schwierig? Muss man sich da erst einen gewissen Status erarbeiten oder hat das von vornherein gut funktioniert? Ja, was heißt erarbeiten? Man kann natürlich nicht kommen und sagen, so ich bin es jetzt einfach. Also man muss schon wissen, wovon man redet und man muss auch mit jedem Einzelnen umgehen können und kann dann nicht so per Order die Mufti einfach sagen, weil ich das jetzt so will, machen wir das so. Also man muss schon seine Entscheidungen auch verkaufen.